Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch geht es richtig auf den Tag gut überstanden. Genießt jetzt den Nachmittag, oh Jesus. Wir schauen uns einen jungen Künstler an oder jungen Mann an. Bosch nennt er sich, so wie meine Waschmaschine im Keller. Freestyle mal Dominante oder Dominant. So, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig so hier in Erinnerung. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ihr habt mir den empfohlen. Ihr habt gesagt, schau dir den jungen Mann an. Ich meine, ich habe den auch gar nicht gesehen. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Sonst würde ich wissen, dass jetzt mittlerweile meine Waschmaschine angefangen hat zu rappen. Sorry, Jungs, dafür. Ich bin heute sehr gut gelaunt. Ich würde sagen, wir legen mal los. Also schauen, wir haben diesen. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020